Wer bist du? Hast du dich auch schon mal gefragt, wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Bist du ein winziges, unbedeutendes Pünktchen im unendlichen Universum oder der machtvolle, schöpferische Mittelpunkt des Universums? Ich weiß, dass auch du es spürst, es erahnst, wenn auch tief in dir drin vergraben, da ist noch viel, viel mehr. Dein unendliches Potenzial mag verschüttet oder vergessen sein, aber es existiert und du hast es bisher noch nicht einmal angetastet. Entfessele jetzt dein grenzenloses Potenzial, deine Schöpferkraft. Entdecke die größte und geheimnisvollste Kraft im Universum. Eine Kraft, die in dir ist, die aber nicht von dir ist. Sie ist die Ursache für alles, was existiert. Das Denergy-Bewusstsein katapultiert dich vom Beobachter oder gar Opfer zum Schöpfer deiner Realität. Du hast die Macht, Frieden, Glück, Fülle, Gesundheit und Freude zu erschaffen. Willst du diese Macht zurückgewinnen? Bist du bereit für eine bahnbrechende Transformation, die dein Leben schöner, glücklicher und erfüllter macht? Vom Unbewussten in die Bewusstheit? Vom Mangel in die Fülle? Von äußerem Stress hin zu innerem Frieden? Denergy eröffnet dir dein grenzenloses Potenzial, dein vollkommenes, ewiges Bewusstsein, unsterblich und grenzenlos machtvoll.